Folgen dann auf jeden Fall wenigstens noch einer, vielleicht sogar noch mehr, denn drei stehen noch aus. Er ist noch ein klein wenig jünger, also er ist der jüngere Bruder eben der beiden Watchmen-Brüder und ist noch in der Alterskategorie der Junioren unterwegs, Tom Wachmann, und kommt in diesem Falle mit dem 10-jährigen Bobalow-Nachkommen Rock of Cashel. So, er ist in den letzten beiden Jahren bei der Europameisterschaft mit dabei gewesen, sowohl letztes Jahr in Oliver als auch das Jahr zuvor in Villamora. So, und jetzt weiterhin konzentriert, ist im Übrigen mit Kieren nicht nur einmal, sondern zweimal. Ob, und jetzt, ob, diese fünf nochmal ganz, ganz, ganz dicht und jetzt ist er ganz knapp über der erlaubten Zeit. Das ist, ja, durch diese Situation, er hat nicht viel Zeit verloren, das muss man ganz ehrlich sagen. Nicht viel Zeit verloren, aber es war, ja, diese Wendung hinten zu diesem grünen Ochser, diese Zeit, die er dort gelassen hat, die hätte er vielleicht am Ende noch ein bisschen rausholen müssen. Und dann hier auf den letzten Metern ein ganz...